Grüezi, mein Name ist Philipp Sauber, ich bin U50 und wohne mit meiner Familie im grossen Raum von Zürich. Ich habe 1991 Elektrotechnik studiert, dort hat man noch nicht von der Digitalisierung gesprochen, und bin dann im Verkauf und habe bis heute über 3000 Call Calls gemacht. Dann kam für drei Jahre nach Amsterdam im Bereich M&A zurück und die ersten Firmen gegründet, und dann später verkauft, zuletzt PlanNet Swiss AG, eine Digitalagentur mit über 50 Mitarbeitern. Heute belege ich verschiedene Mandate, Beteiligungen und freue mich, mit tollen Menschen schöne Herausforderungen anzugehen. Mehr über mich, auch privat erfahren Sie auf meiner Webseite www.sauber.digital.